Yo, was geht ab YouTube? Hier ist wieder Nuyen, euer BabaPro. Ich bin wieder in Dresden angekommen, gerade. Ausgestiegen vom Zug. Hier seht ihr die Bahn, die gerade vorbeigefahren sind. Ein Kumpel holt mich jetzt ab. Dann chillen wir bei ihm. Ich schneide ihm die Haare. Ihr seid live dabei. Dann werden wir bestimmt noch was essen. Ach ja, dann kommt noch ein anderer. Der hat auch so lange Haare wie ich hier. Ich will überhaupt checken, wie lange die sind. Ah, da ist er schon. Checkt's mal ab. Da ist er schon. Alter, mit einem neuen Auto. Checkt mal ab, was ist denn das für ein Auto hier? Ah, VW hier. Killer. Checkt mal ein hier. Was geht, Bro? Ich habe gerade Spätschicht gehabt, Alter. Jetzt mal rein. Boah, ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, so ein neues Auto. Aber für deinen Vater stimmt, hast du dir erzählt gehört. So, jetzt bin ich im Auto mit Paul. Jetzt werden wir erstmal nach Hause fahren. Zu ihm. Erst essen oder erst schneiden. Mal gucken. Wann kommt Marc? Ich weiß nicht, er wird danach sehr klar sein. Ich habe gesagt, dass ich bis 18 Uhr arbeiten bin. Also halb, denke ich. Okay. Okay. So, Freunde. Wir sind jetzt im Parkhaus, oder wo auch immer, ich bin das erste Mal ab, jetzt sind wir hier. Und jetzt gehen wir zum Simmel. Ich bin nie tausendmal dort vorbeigelaufen, aber ich bin nie einmal dort drin gewesen. Und das wird heute die Entjungferung. Ich hab nicht gedacht, ob wir hier sein gehen, aber guck. Oh nee, dann gehen wir hier vorne. Wir sind in München eigentlich. Hier, wir sind in München. Geil. Schön im Fahrstuhl. Ich bin im Simmel. Muss ich essen? Das ist hier mal ein Erdgeschoss. Sicher ist wie ein Grund. Oh, Simmel. Ist da, ist da. Ja. Hm, der erste Eindruck sieht ganz chillig aus hier. Der zweite Eindruck ist leicht groß. Ist leicht groß. Oder sehr groß. Ananas. Was? Salat. Was haben wir überhaupt? Das ist aber schon geil hier. Es gibt ja alles mögliche. Es gibt ja alles mögliche. Es gibt ja selbst vegane Bioprodukte. Es sind bestimmt alle da draußen. Ja, ja. Das erste Mal hier gibt's einfach mit Käse Abteilung. Dann gibt's Wurst Abteilung. Hinten ist nochmal Fleisch. Hinten ist Fleisch. So geil hier. Also hier ist alles richtig gut aufgebaut. Also aufgeteilt. Also man findet hier alles. Ich war wirklich das erste Mal hier. Und ich muss sagen, der erste Eindruck ist top. Also man findet wirklich alles, was man hier braucht. Die Simmel kann ich nur weiterempfehlen. Das ist gleich in der Nähe vom Bahnhof Neustadt. Jetzt schaue ich grad bei Schulzeug. Weil ich bestimmt mal irgendwann mal wieder ein paar Blätter brauche. Weil ich bin der größte Harzer. Wenn's um die Blätter geht, liniert oder kariert. Ich muss jedes Mal meinen Nachbarn fragen. Oder die hinter mir sitzen. Das wird so anstrengend. Irgendwann muss ich denen das mal wieder zurückgeben. Oder hier Eis. Eis ist auch kalt. Der Frühling steht da vor der Tür. Und irgendwann kommt Sommer. Dann wird das wieder Boom hier. Das hier wird alles wieder richtig Boom. Millie Blatt. Stille. Oder du kannst ja das schon lustig hören lassen. Ist das dir mit Ton oder ist der Ton egal? Der Ton ist egal. Ich würde das irgendwie dann bisschen rausschneiden. Also kannst du ruhig scheiße dauern. Scheiße dauern. Aber Lau sein Gesicht muss man nicht sehen, oder? Das ist deine heftige Visage, wenn du sie sehen, Ita. Wenn du richtig nur durch filmst. Das ist doch nix. So geil. Wollte auch noch was nett machen. So ist der geil Laufer. Ich sehe es nicht. Bleiben wir noch kurz gerade. Wie lange kann man hier filmen bei dem Ding? Ich glaube schon eine Weile. Eine Stunde. Vielleicht kannst du auch Pause machen. Mal schön da. Ja. Das war nicht so. Das ist rechts unten oder rechts oben. Die verbinderten, positiven Gedanken. Das war nicht so. Ich hoffe es jetzt mal. Das ist jetzt ein Langmal wieder. Also. Das ist ganz schön. Ja, wooo! Das ist die Kanten drin, oder? Der Marc weiß niemand, was eine Kante ist. Das sieht aber laut aus dem Kopf. Jetzt ist es so geschmeckt worden. 4? 52 noch. Ja, ja, nur noch 42. Wenn die Dauer sind, die so lange haarschneiden. Hat hier so eine Spitze schneiden. Das ist ja die komplette Transformation hier. Die bei Transformers. Was ist jetzt hier? So eine Laufe, Alter. Ich bin der Matthias. Wenn er einfach weggegangen ist. Wenn er einfach weggegangen ist. Wenn er jetzt auch gleich einfach mich ins Stich gelassen hat. Auf jeden Fall ist alles voll gut aus. Nach hinten. Alles nach hinten. Weil? Das sieht wirklich geil aus. Du wirst gleich sehen. Du wirst ja auch mal reinkommen. Wuuuuhhhh. Wuuuuhhhhhh. Wuuuuhhhhhh. Wuuuuhhhhhhhhhh. Wuuuhhhhhh. Meine Freunde, ich habe die Jungs gerade richtig fresh die Auge geschnitten, alle beide sind Ich bin sehr glücklich und dafür, als Belohnung, gibt es erstmal schönes Essen Aber nur vom Gastgeber natürlich Ich weiß nicht, was der Gast ist, der hier habe ich schon bekommen Alles am Start, Alter, geil Dünner! Selbstmädchen Aber ja, das ist der Jesus gewesen hier hinten Ich kranker Typ, Alter Der hat aber geilen Zopf So meine Freunde, jetzt Shisha rauchen, schön nach dem Essen Und nebenbei noch ein bisschen Musik hören und Fußball schauen Ja und ich hoffe euch hat der Vlog gefallen Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like Kommentiert unter diesem Video Lasst ein Abo da und vergesst nicht immer schön Zu teilen und Und nochmal langen Dank für den kranken Haar Ja, gebt euch nochmal die Frisur nochmal, Alter Krank geschnitten hier Vergesst nicht mehr ganz gerne Krass, Mann Deswegen immer schön dranbleiben Euer Nure Ciao Schön Vielen Dank.